Mein Name ist Michael Green, ich bin im PURTEX Team der Application Engineer. Ich bin für die technische Seite verantwortlich und wir sind hier auf der ISPO, um PURTEX vorzustellen im Bereich Brand New. Und ich würde Sie bitten zu schauen, was wir für Sie zusammengeschnitten haben. Hier hat Wasser keine Chance. Dank PURTEX perlen Wassertropfen an Textilien einfach ab. PURTEX basiert auf lösungsmittelfreier, zu 100% wasserbasierter Textilchemie. Bei der Entwicklung von PURTEX hatten wir schon von Beginn einen ganz starken Fokus auf Umweltschutz, Arbeitssicherheit, aber auch Verbraucherschutz gelegt. Das heißt, schon bei der Rohstoffauswahl haben wir Sorge dafür getragen, dass hier keinerlei kritische Substanzen in PURTEX eingetragen werden, die später die Umwelt belasten oder eben auch nachteilig für den Werker in den Textilbetriebenen ist. PURTEX ist ein Produkt, was globale Anwendungsmöglichkeiten findet. Wir wollen überall dort präsent sein, wo Funktionstextilien hergestellt werden. Asien ist für uns ein ganz wesentlicher Markt, weil hier insbesondere Outdoor- und Sportbekleidung gefertigt wird. Aber auch Europa und USA ist für uns spannend. Hier werden nach wie vor technische Textilien gefertigt, zum Beispiel für die Arbeitsschutzbekleidung oder auch für Automotive-Interieur. Mit PURTEX imprägnierte Textilien sind weich und geschmeidig, aber auch sehr robust. Sie halten starken Beanspruchungen stand, bieten hohe Scheuerfestigkeit, Dehnbarkeit, Haptik und Komfort. PURTEX ist dauerhaft wasserabweisend. Eine Auffrischung ist nicht nötig. PURTEX ist vielseitig. Es kann kundenspezifisch angepasst werden. Mit PURTEX können wasserabweisende, aber auch wasseranziehende Eigenschaften erzielt werden, je nach erforderlicher Funktion der Textilien. PURTEX macht Bezugsstoffe abriebfest und unempfindlich gegen Flecken. Damit ist es für Flächen, die ohne Wasser und Chemikalien und mit nur wenig Personal zu reinigen sind, ganz besonders einsetzbar. Wer die Wahl hat zwischen zwei Textilien gleicher Qualität und Funktionalität, bevorzugt, was zusätzlich besser für Mensch und Natur ist. PURTEX PURTEX